Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft, einem Let's Play von mir. Ich schau nochmal kurz. Oh, Musik. So, Musik mal auf 60. Ja, gut. Ähm, hier passt alles. Jo. Gut, dann ab geht's. Neue Welt erstellen. Let's Play. Überleben. Machen wir hier mal, äh, Klöpsen, August. August. So, das passt alles. Fertig. Und Welt erstellen. Hm. Welt wird geladen. Das ist sehr schön. Ja, und gleich in das Schneeweltenbistort. Herzlichen Glückwunsch. So, mit Wichtenholz holzen wir hier erst mal den Baum ab. Mit der Handkante. so leisten. So, mit der Handkatomber. So, mit der Handkatastik. So, die ist kaputt. Stopp! Wo ist sie? Ah, da ist es. Gut, so. Jetzt ist es tot. Gut, dann hier erstmal ein wenig Holz. Crafting Table sollte auch ganz gut sein. Da, dahinter zu den Bioten. So. Oh, vielleicht sollte ich mal was essen. Gut. So. 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 Jetzt hat er was. Gut, dann haben wir hier vielleicht irgendwo einen Berg. Ich mach's so als erstes. Ich mach's so als erstes. So. So, 24 Stücke müssten erstmal reichen. So. Dann jetzt. So. 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 Komm, mach mal noch zwei Schaufeln. So. Und jetzt mal die Spitzhacken hier hin. die Schaufeln. Die Schaufeln da hin. So. So. Wird schon zack. Fail. Ich will mir so einen Unterschlupf in den Berg bauen. Und natürlich als aller aller erstes kommt die Freiheit. Ja. Nun gut. So, dann mal ein bisschen weiter. Tralala. So. So, dann haben wir das ja auch schon wieder. So. Mal hören. Boah, ist die Musik gerade laut. Drehe ich mal hier auf. 45 runter. So. 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 Das ist doch ein Mist. Jetzt habe ich keine Stöcke mehr. So. 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 Gut, passt. Jetzt bräuchte man halt noch Ordnung im Inventar. Nerv. Ach, das ganze Holzzweig verbrenne ich dann einfach. So, da ist die dritte Axt. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Reise. Dass es ja nicht so eng ist. Gut, dann halten wir jetzt mal noch Schafen generell mal ausschauen. Ach komm, den Baum nehme ich auch nochmal mit. Ich brauche auch noch eine Tür. So, da ist noch mehr Baum. Skelett. Jetzt schon ein Skelett. Das fände ich nicht so nett. Treeper. Treeper. Lol. Und ich gestehe hiermit schon mal, dass ich bei Minecraft ein ziemlicher Feigling bin. Also es wird nicht so wahnsinnig viele Höhlenerkundungstours geben und so. Und ja, in der nächsten Folge geht's dann weiter mit Höhlenerkundungen und Co. Und ich hoffe, dass ihr wieder einschaltet. Euer Stickling LP